Ich lerne Deutsch. Zuverlässig, zusätzlich, zutraulich. Zuverlässig, zusätzlich, zutraulich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Annas Hund ist sehr zuverlässig und gehorcht immer auf Kommando. Annas Hund ist sehr zuverlässig und gehorcht immer auf Kommando. Betont, dass der Hund gut trainiert und gehorsam ist, sodass man sich auf sein Verhalten verlassen kann. Das System arbeitet zuverlässig und hat eine sehr geringe Ausfallrate. Das System arbeitet zuverlässig und hat eine sehr geringe Ausfallrate. Betont, dass das System stabil läuft und nur selten Probleme oder Ausfälle hat. Er hat sich als eine zuverlässige Quelle für Informationen erwiesen. Er hat sich als eine zuverlässige Quelle für Informationen erwiesen. Betont, dass er konsistent genaue und vertrauenswürdige Informationen liefert. Zusätzlich zum Hauptgericht wird eine Beilage serviert. Zusätzlich zum Hauptgericht wird eine Beilage serviert. Betont, dass neben dem Hauptgericht noch eine weitere Speise, die Beilage, serviert wird. Die Veranstaltung findet zusätzlich zu den regulären Treffen statt. Betont, dass die Veranstaltung neben den üblichen Treffen als weitere Zusammenkunft stattfindet. Zusätzlich zu den Informationen im Handbuch finden Sie online weitere Anleitungen. Betont, dass neben den im Handbuch enthaltenen Informationen noch weitere Anleitungen online verfügbar sind. Nach der Rettung wurde der Hund immer zutraulicher und folgte seinem Retter überall hin. Nach der Rettung wurde der Hund immer zutraulicher und folgte seinem Retter überall hin. Betont, dass der Hund nach der Rettung Vertrauen aufbaute und seinem Retter gegenüber offen war. Die zutraulichen Kinder spielten ohne Scheu mit den neuen Nachbarn. Die zutraulichen Kinder spielten ohne Scheu mit den neuen Nachbarn. Betont, dass die Kinder keine Angst hatten und freundlich mit den neuen Nachbarn interagierten. Der Papagei ist so zutraulich, dass er auf der Schulter von Annika sitzt. Betont, dass der Papagei keine Angst hat und sich nahe an Annika herantraut. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020